Hallöchen YouTube wir begrüßen euch zu einer weiteren Runde Battlefront wieder mit dem Klaus wieder mit mir ich spiele jetzt richtig Multiplayer zu den 12er Modus also 6 gegen 6 Dünenmäher Tauschhandel nennt sich das ganze wenn ich das hier so richtig lese genau dann schauen wir mal was so kommt mit was ist das nicht so, blablabla ja die Tipps sind auch immer lustig ich nehme mal einen Pistol Sternenkarten Ausrüstung keine Ahnung du bist aufgestiegen neue Sternkarten sind verfügbar Lehrer Slot da habe ich die Pistole so ist gut das war erst mal sterben ich habe auch gerade eine Pistol-Zaugwaffe ich muss erst mal gucken wie das sich so spielt ich weiß nicht, wie groß gespielt auch, ist das den Wohnen gefallen? so und warum komme ich jetzt nicht ins Spiel, he? ich nehme die Rettungskapsel in Besitz ist die irgendwie auch abbrechen? ach so nein habe ich nicht, ich bin ähm, ja tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn, wir hätten noch drei Lebenspunkte mein Team klebt auch schon in einer Ecke so ist der Klaus ja komm Klaus, wir laufen an eingetötet, super endlich jetzt hat es mich wieder erwischt das geht hier sauschnell, du äh, hat er jetzt nicht tot? okay, ja, ja, es geht wirklich schnell in dem Spiel ich finde, es geht noch schneller als im Battlefield auf Hardcore manchmal ey, was war denn das jetzt schon wieder für eine Klempe, die ich da erwischt hab? äh, ja, wir haben die Kapsel erobert, super, cool weiter, Attacker, Alattac äklariale Spione haben die Position einer weiteren Rettungskapsel in Erfahrung gebracht okay, da war ein Thermal in dem Rettungator ey, ich hab ne Scheißwaffe ich glaube, ich kann mal mit der Piste eigentlich ganz gut klar ich find diesen Zoom mehr, das macht nur diese Existenz-Ding-Härfte ey ey aber da ist jetzt wieder gerade ein B, ne? ah Mist ah, wir kommen, glaub ich, nicht groß wie schießt er denn hinten? wir sichern die Rettungskapsel okay da war nicht viel mit da hat irgendwie immer nur die Chance einzukillen, aber wenn da zwei sind, hast du echt Probleme deswegen ja auch immer Partner suche ja ja, ja, und hinter mir war eine okay, ich hab mal zwei gekehlt, endlich okay, ich hab mal zwei gekehlt, endlich Alter, da fand blöde Abendierungssertinator, das hörst du immer noch wie boom ach, da war ein Geschütz shit ich muss mir was anderes einfallen lassen hier mal recht gut ach sieht nicht gerade gut aus für uns, muss ich sagen jetzt hab ich die Nachricht bekommen Mist ach ja Mist, 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 Mist merkwürdigerweise merkwürdigerweise habe ich gar keine Zeitangabe hier im Moment doch, fünf Minuten haben wir jetzt ja, kommt, bin ich gestorben, du Mist, Elender Wir müssen verhindern, dass die Rebellen diese Rettungskapsel stehlen. Ja, aber da fällt mir voll oft auf, dass sie die hier mal mit 3% Leben überleben, oder 3 Lebenspunkten. Na komm, die müssen wir noch kriegen. Oh, von wegen. Die müssen wir noch diesmal kriegen. Gleich ist die Rettungskapsel in der Hand der Rebellen. Okay. Ähm, wo wollt ihr eigentlich alle hin, hey? Ich verstehe das nicht. Noch einer, Mist. Halten wir jetzt erstmal die eine hier? Ja, würde ich schon sagen, die eine halten. In der Hoffnung, dass die anderen sich um die andere kümmern. Weckst du noch links, Klaus? Ja, ich versuch's mindestens. Oh, super. Okay, gehen wir mal gleich weiter. Ja, zur nächsten. Ja, Mist, da waren keine Chance mehr. Äh, zu spät. Ich wollte gerade auf 3 gehen, du Mist. So schnell kann ich gar nicht bei dir spawnen, da bist du schon tot. Ja, das geht schnell. Wir haben die Rettungskapsel in Besitz genommen. Ah, super. Das lief gut. Jetzt führen wir. Wir haben viel mehr Leute als wir. Was war's für den? Äh. Wir übernehmen die Rettungskapsel. Ah, hinter uns. Ah, weg, 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 weg. Fakt und tot! Ach der Mannsch. Da ist so'n Scheiß mit nem...mg-Tiff. Komm mal Klaus, I'm come to save you guys. Von wegen, zu spät! Zu spät! Zu spät! Ja, ne! Ja, ne! So spät! Da haben die Hände fällt! Schlafe die Rebellen zurück! Schnell! irgendwo ist hier eine der ganz heftig die karte hat sich nicht erobern den rennen sie einem immer wieder vor die fresse ich verstehe das nicht die stehen auf offener fläche die städte ja ja bist du überhaupt noch anwesend ja ja wieso wieso ja hallo klaus da ist er der rände also noch da aber nicht mehr ansprechbar ich habe ich habe mein mikro aus dem sturm gestellt ja ich hab's ich hab's gemerkt ich hab's gemerkt quatsch die ganze zeit und freu mich dass sie gut schlagen ja gut und ja elf minuten und fünf sekunden hat gedauert weiß ich wollen wir noch wollen wir noch ein rahmen ansonsten kürzere folgen hochladen ist vielleicht wir können auch eine heranhängen davon abgesehen ja dann drücke ich hier was geschickt kann ich aber den ball gucken ich bin rang vier geworden das musste ich jetzt aufnehmen so bin ich jetzt irgendwie rang ab okay und was habe ich jetzt neu verfügbar ja könnte ich die vier punkte ach ich hab zwölf tauren cool ich schreibe mich ich was ist denn das hässlich ist ich hab mal ne neue waffen frage verschaltet die lee also ist die ca 87 aber das scheint der lee enfield super short zu sein ähm ja weiterspielen ich geh mal jetzt hier ins gefecht wir kämpfen immer noch youtube ihr seht's um sie sitzen wo auch so und dort ministers oder was anderes wüsten ähnliches ja das ist perloreen es ist gut auf der zahl du Prozent kenn ich mich gut mit ich hab's alle gesehen aber aus Scannen, äh ich glaub das ist was anderes Ah, das ist wirklich ein Splits Okay, 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 mit dem Waffen muss ich mich das auch immer wöhnen Also aus dem Ferne keine Chance, das ist nicht wie Mario mit seiner Stropplinke Nutz, ihr müsst angreifen Ihr müsst es nicht anlächeln, ihr müsst es nicht angreifen Okay, Ding macht schaden Okay, letzter Versuch, ansonsten muss ich jetzt erstmal, damit wir jetzt hier nicht gleich vollkommen verlieren 14 Minuten, das ist tatsächlich mal super Ähm, letztlich wieder von der alten Waffe Vielleicht hört ihr es ja auf Youtube, ich habe eine neue Soundkonstellation Scheidenseife Ich komme damit nicht klar mit der Waffe Eins ist sorry Gehe ich überhaupt nicht Äh äh Was ist das? Gehe ich auch noch gar nicht Was ist das? Gehe ich auch noch gar nicht, was wir dran gewinnen? Wir verlieren die Rettungsgapsel an die realen Truppen, schlag sie zurück, schnell! Komm Klaus, die reich mal an A la taaa Ich darf irgendwie merken, wie es mit der Thermaltekriebe Boah, das Ding schießt da sehr super interessant Ich habe hier gerade so ein Gewehr Das ist ein bisschen wie die FVD Jetzt stelle ich mich damit ein bisschen blöder an Ich habe hier ein bisschen da ran Ich habe hier verlaufen Ich habe hier ein bisschen da ran Ich habe hier verlaufen Das ist irgendwie nicht mehr so gut Ja, irgendwie ganz merkwürdig dieses Spiel hier Ja, die drücken hier ganz schön Ja, das weiß ich auch nicht Die drücken hier ganz schön Ja, die drücken hier ganz schön Ja, 102 Meter Ist ganz schön weit weg Schnell kommst du doch da gar nicht hingerannt Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie so Muster in welcher Reihenfolge, die... Wie soll man denn da so schnell hinkommen? Das ist am anderen Ende der Map. Super, Spiel, super. Keine Chance. Wow. Oh, Alter. Nee, also den kriegen wir auch nicht. Also das fand ich jetzt super doof. Ey, das ist am Ende der Map. Das sind 130 Meter. Wie willst du denn da hinkommen? Vor allen Dingen hinter uns kommen sie auch raus, ne? Das ist also nett. Alter, das ist jetzt aber gar nicht koscher. Ich wette... 50 Meter. 50 Meter. Man muss hier einmal quer um die ganzen Felsen laufen, um da ranzukommen. Nee, ich spiele, komm. Ich bin ja noch ein bisschen. Und vor allen Dingen sind ja auch noch welche von denen bei uns Urplötze schmitten drin. Die laufen ja hier reut und quer. Keine Ahnung, wo die herkommen. Äh. Äh, die sind ja wie so ein Blob. Schu... Ah, komm, spiel da nicht schon wieder 100 Meter. Ah, nee, die Runde läuft irgendwie gar nicht für uns. Nein, das finde ich so schön. Äh, dann geht mir die Munition auf. Du auch? Ja. Nee, keine Chance. Sorry, Spiele. Was sollen wir denn 160 Meter da vor dem Bett machen? Laufen. Laufen. Und nicht erschießen lassen. Das ist gut, ne? Ja, und wir sind auch noch einer weniger. Also das ist... Das finde ich jetzt ein bisschen heftig. Du kommst gar... Mal hier, ich versuch's mal über die Seite irgendwie da ranzukommen. Ach, du auch? Ja. Achtung, da ist so ein Ding. Und gleich kommen drei Mann um die Ecke. Da komm, aufi. Probier mal. Nee, 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 nee. Falsch, 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 falsch. Wir müssen... 100 Meter, wieder. Wieder 100 Meter. Also nein. Ist ja mal super schlecht balanciert. Alter, das ist halt... Das Team kommt da schneller ran. Ja, weil die ja auch hier teilweise... Äh, durch die Tunnel gehen. Wir müssen das genauso machen. Klar. Hast du keine Chance? Ja, das ist nicht gut optimiert jetzt, ne? Können wir denn da noch machen? Ja. Nee, da werden wir wohl nicht auf die reißen. Das ist ja krass, finde. Du hast in dem Film nie in einem Klontrooper mit Jetpack gesehen. Und hier rennen sie alle mit Jetpack rum. Ja, ja. Boah, mir schmeißt du die Granate an den Kopf, du. Klar. Das war nix. Was für die Rüchte. Das war nix. Das war überhaupt nix. Das war... Naja, ich würde sagen, YouTube einmal gewonnen, einmal verloren. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen, Auslachen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ahoi dann.